so hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kurzen video von mir ja um was geht es um das hier geht es ja wir haben es geschafft wir haben die 500 abo marke geknackt gerade heute das ist boah das ist einfach nur krass leute ein fettes 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 dankeschön an euch dass ihr meine leute meine meine video schaut sehen meine videos gut findet die ein oder anderen es freut mich freut mich wirklich weil ohne euch würde dieser kanal nicht bestehen ja ihr macht meine arbeit anführung schlusszeichen das wert was hier schlussendlich ist da muss ich mal überlegen 500 leute haben schon auf meinem kanal vorbeigeschaut 500 leute gut 500 leute schauen nicht gerade meine videos wie man sieht aber 500 leute haben hier irgendwo auf den abonnieren button geklickt das muss man erst mal schaffen also ich finde klar ich bin es gegen den anderen youtuber wie dem let's play noob oder dem geront natürlich sind kleine sind kleinen pups winzig kleiner schisshaufen aber für mich ist es ein meilstein ja also ich möchte euch hiermit eigentlich einfach wirklich herzlich danken für den support für die geilen kommentare die ihr schreibt für einfach alles einfach für das dass ihr ich wollte schon sagen geboren seid doch trifft es eigentlich dass ihr hier auf einem kanal vorbeischaut weil das ist es kommt nicht von sonst wo ähm ja 500 abo special meine fantasie wäre jetzt gefragt meine fantasie gibt es nicht ähm ne nicht fantasie was rede ich da meine kreativität wäre jetzt gefragt die gibt es nicht ähm ja kreativität ist bei mir irgendwie sucht man bei mir vergebens ähm allerdings ich habe ich habe ich mir was ausgedacht und zwar ähm ich gehe ab dem dienstag am 15. fliege ich ab in die usa bin ich drei wochen weg gibt es auch nochmal ein special speziales video dazu äh ich habe mir überlegt dass ich in amerika mal ähm ein paar fotos knipse und ähm ähm paar kleine videos mache also einfach so von der landschaft ich werde nix quatschen oder so wahrscheinlich höchstens mal anfangen so so ja hier 5 abo special so und have fun geh weg ähm ja das wäre es ist ich denke das wird das 500 abo special sein ähm klar nicht die welt es gibt bessere außer frage ähm aber das was mir halt ganz so einfällt ne also ja ich hoffe ihr könnt damit leben wenn nicht schreibt mir irgendwie in die kommentare was ihr so für vorschläge habt hättet äh live stream wird es vorerst nicht geben weil der letzte live stream ist bisschen ich würde sagen mager ausgefallen also wir hatten da zwei drei zuschauer und ähm zwei davon waren wir selber also ich habe mir selbst zugeschaut auf meinem tablet damit ich sehe äh ob irgendwas los ist und ob ich dass ich den den chat sehen kann ähm ja live stream werden wir auf jeden fall mal noch machen dann weiß noch nicht wenn sich genug interessenten dafür melden ja ähm das sollte eigentlich nur so ein kurzes Infovideo sein ich quatsch auch schon wieder vier Minuten ähm nochmal ein krasses krasses fettes riesig großes Dankeschön mir sind gerade keine weiteren Adjektive mehr eingefallen deshalb ja vielen vielen Dank dass ihr mir so fleißig zur Seite steht so fleißig die Videos guckt obwohl ähm momentan ein bisschen Pause ist also hier ist ja ich habe heute wieder mal ein Video hochgebracht äh das hier kommt auch noch heute ähm das letzte war es war Royal Streets vor einer Woche äh ich erkläre es hier in diesem Part deshalb schaut das Video ähm ne ganz kurz und knapp ich hatte keinen Bock irgendwas aufzunehmen ich hatte in letzter Woche letzter Zeit einfach null Bock auf gar nichts so kann man es zusammenfassen ich hatte keinen Bock irgendetwas zu machen das hat YouTube betroffen das hat mich privat betroffen ähm Kumpel sagte zu mir hey gehen wir was trinken ne kein Bock ich hatte für null Bock weil ähm irgendwie Schule war gerade ein bisschen stressig und äh ja ich hoffe es kommt mir klar wenn nicht tut es mir leid ähm ich gucke ob ich morgen kommt wahrscheinlich kein Video ähm weil ich auch wieder keinen Bock irgendwie nein ich habe ich habe in letzter Zeit einfach keinen Bock irgendwas aufzunehmen ich brauche eine Ferien ich bin überfällig ähm deshalb freue ich mich riesig auf die drei Wochen Amerika ähm ich versuche da auch ein bisschen was aufzunehmen habe jetzt ein neues Handy äh na 40 Megapixel Kamera ja Nico ich weiß deine 1000 Euro äh Nikon Gittergünse ist viel besser ist auch eine normale Kamera ich habe hier ein Kack Handy ne Nokia 1020 ganz gut mach ganz gute Fotos ähm dem werde ich ein paar Fotos knipsen und die dann zusammenschneiden und euch dann präsentieren ähm ja was gibt es zu sagen nix weiter außer Royal Streets fällt aus ähm ich werde die zwei Videos auch wieder runterlöschen mit dem einfachen Grund äh dass mein Ohr juckt genau nein ähm Royal Streets ist momentan offline mit dem Grund das Skript was sie hatten hatte extrem viele Bugs und die Skripte die sie hatten die das da die das gemacht haben das Skript haben ziemlich alles verkackt was man verkacken kann aus diesem Grund ähm vorerst kein SMP weil Royal Streets ist wieder offline für 1-2 Monate ähm hoffentlich geht es dann weiter wenn ich wieder zurück bin weiß ich nicht auf jeden Fall ja dauert noch eine Weile deshalb wir jetzt einfach mal weiter gehen mit Pokémon und ähm Need for Speed und ja in diesem Sinne nochmal ein riesig fettes Dankeschön für 500 Abonnenten ähm äh Special Video folgt und ja in diesem Sinne wünsche ich euch noch ein hoppala aufstoßen äh einen wunderschönen Donnerstagabend einen wunderschönen Freitag und ein wunderwunderschönes nochmal aufstoßen äh Entschuldigung ein wunderschönes äh Wochenende und für diejenigen die schon haben schöne Ferien mit diesen Worten bis zum nächsten Video euer Manuel haut herein bis dann